Ich hab dich damals kennengelernt, in so nem Weihnachtsklip, dachte nur was für ein Trottel und hab ihn weggeklickt, doch dann kam mehr von dir und ich sah es mir an, konnte es kaum glauben, dass so jemand echt sein kann, doch damit nicht genug, Kritik, Resistenz, Arroganz, Lügen und Dummheit und Bilder von deinem erbärmlichen Schwanz und immer nur Ausreden, sei wenigstens mal ehrlich zu dir, dein Leben wird doch nicht besser, nur weil du es fantasierst. Und manchmal tust du mir leid, hast echt niemanden, der dich liebt, wohnst in einem miesen Drecksloch, ohne viele Perspektiven. Und so gleich kommt wieder was, ein Video, ein Leak, ein Tweet und ich bin mir wieder sicher, dass dir das alles recht geschieht. Du verdammter Hurensohn, das ist dein Lied, dein Lied ganz allein, da hast du sieh, deine Aufmerksamkeit. Das ist dein Lied, dein Lied ganz allein, und ich bitte dich, lass YouTube, lass YouTube sein. Du vergraulst sogar Leute, die es gut mit dir meinen. Was meinst du, warum zur Hölle? Bist du nur so allein? Nein Mann, du bist kein Opfer, nur ein elender Unsympath, der ein sozialer Krüppel ist und deshalb niemanden hat. Ey, wir alle haben Probleme. Du bist echt kein Märtyrer. Google mal Selbstreflexion und mach einen Vlog darüber. Rändern ist keine Arbeit. Genauso wie zocken und streamen. Nur weil du das behauptet kannst, du dadurch doch nichts verdienen. Du hast ja auch lichte Momente, nach manchen Eskalationen. Doch schon ein Video später weißt du nichts mehr davon. Such dir einfach einen Job. Dann arbeitest du halt mal im Dreck. Und ich schwöre dir, dafür bekämpfst du von mir zum einzigen Mal Respekt. Du verdammter Hurensohn, das ist dein Lied, dein Lied ganz allein. Da hast du sie, deine Aufmerksamkeit. Das ist dein Lied, dein Lied ganz allein. Und ich bitte dich, lass YouTube, lass YouTube sein. Du verdammter Hurensohn. Ich werde mich nicht mehr aufgemacht und muss sagen, dass ich jetzt echt mal was machen muss. Es wird momentan sehr schwierig für meine Verhältnisse mit meinem Gewicht. Vor allem wegen meinen Gelenken. Ich denke, das kriegt immerhin. Ich werde mich jetzt relativ mit Ernährung auseinandersetzen. Ich werde viel für meinen Körper machen und werde schauen, dass das anders sein wird. Ich werde mich jetzt ragon. Untertitelung des ZDF, 2020